Okay, das war leicht daneben. Ich will das Feuer treffen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es cool. Naja. Tja, nu, was tun? Ich mein, was kann ich mit der Waffe tun, was ich nicht vorher hätte auch tun können? Ich gehe jetzt erstmal zum Labor, damit ich speichern kann. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Waffe ein bisschen überladen. Und dann überlege ich mir, was ich dann tue. So, jetzt fängt es gleich an so zu leuchten. Achso, die fällt einfach aus. Okay. Na gut, okay. Das reicht für den Anfang an Spielerei. Ich sollte öfter mal Pausen machen. Die sind total toll. Da fällt einem ja wieder ein, was man total vergessen hat. So. Ich kam mich jetzt auf dem schnellsten Weg. Wieder dahin, wo ich hin will. Okay, durchschießen kann ich da nicht. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Äh, büben, 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 büben. Büben, büben. Ich mag das neue Spielzeug. Und da wir ja scheinbar unbegrenzte Munition damit haben, was ich sehr cool finde. Okay, ich habe mich jetzt irgendwie, habe ich es jetzt geschafft, mich total zu verlaufen. Ja, wir sind wieder im Labor. Gut. Von hier aus können wir eigentlich noch ganz gut weitergehen. Dahin, wo ich doch hin wollte. Denn, ich meine, wir haben eine Waffe, die ist Strom und so. Boom. Strom ist toll. Voll in Kombination mit Wasser. Ja, latsch, latsch, latsch. Da oben will ich hin. Ja, fast da. Genau. Ja, und dann können wir nämlich, können wir dann. Ja, aber sowas von. Aber glaubt oder nicht. Hm. Und ich glaube auch, wir nähern uns langsam ganz arg dem Ende des Spiels. Hier sind wir richtig. Hier wollte ich hin. Also hier hin. Genau. Hm. Ja, ich höre schon den Wasserfall. Ach ja. Ich erinnere mich. Da war ja was. Wenn man noch runter geht, tut's ja weh. Jikes. Ja, hier können wir sicher fallen. So. Denn hier gab's ja so eine tolle Ecke. mit so tollen Seesternen. Und hier ist ja Wasser. Zupidu, Zupidu. Hi, Gucki da. Ganz viele Seesterne weg. Ha, 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 ha. Kann ich mal wieder aufstehen? Danke. Okay, ab hier wird's jetzt leicht unheimlich. Oh, 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 oh. Du wolltest zerbrechen. Hab ich das richtig gehört? Hab ich. Waaah, ii. Was hast du für eine Fresse? Igitt, igitt. Sieht ja aus wie Dagen. Ja, jetzt warten wir, bis wir uns wieder bewegen dürfen. Okay. Das ist immer ein bisschen blöd, ne? Nach sämtlichen Ladezonen hängt man da einen Moment rum und... Naja. Kann sich nur begrenzt oder gar nicht bewegen. Das ist immer ein bisschen unpraktisch. Ja, danke. Okay, immer wieder diese hässliche Fresse hier zu haben, ist jetzt nicht so das berauschendste. Äh, ha, ha, ha. Hier, bidi, 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 bidi. So, wo können wir denn hier jetzt lang? Aha, mhm, aha, ich verstehe. Nirgends. Komm her, nö. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Und da kommen wir. Ist leicht lo- Äh, lo, 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 so. Doof, wollte ich sagen. Ich mein, gut, wir könnten versuchen hier runter, aber... Ist so nicht effektiv mehr damit, davon wo wir gekommen sind. Wir versuchen es mal. Wir haben ja gespeichert. Das sieht leicht unheimlich aus. Aber nur ganz leicht. Hm, gut, so weit funktioniert das alles schon mal sehr schön. Ha, ha. Und hier könnten wir jetzt vielleicht, ohne Schaden zu nehmen, ja, sehr schön. Guck, guck. Nein, da tut sich irgendwie nix. Zubidee, zubidu. Hm. Hm, okay. Wir sind hier irgendwo. Ich glaube ja jetzt nicht, dass ich hier runter soll. Andererseits, wenn ich mich so genau umgucke, sehe ich auch keinen anderen Weg. Äh. Das ist doch garantiert... Ich sterbe da jetzt, garantiert. Ich weiß nicht, irgendwie war das leicht... Leicht, der Vorsee... Oh, da, 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 Bupsel. Das war so nicht geplant, hat aber funktioniert, Gott sei Dank. Okay. Aber ich mein, da war so ne... Plattform, wenn ich auf die hätte fallen können, müsste das ohne großartig Schmerz funktioniert haben. Funktionieren können. Ah, Moment, hier kann ich noch... Ah, hier, da, da, da. Ganz, ganz, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ja, ja, genau. Aua. Nein, das war nicht geplant so. Das war so gar nicht geplant. Oh, ich hab's überstanden. Cool. Zack, zack. So langsam sind wir schwer verletzt, aber ich glaub, wir nähern uns so auch so langsam dem letzten Bosskampf. Von daher... Ich lauf jetzt einfach erstmal. Bevor ich mich neu orientiere, was jetzt hier grad passiert. Okay. Hier kann ich weiter. Was bist du? Abgesehen davon, dass du urstestlich bist. Willst du Hydra sein? Mann, bist du eklig. Was? Wo bist du hin? Da? Oder seid ihr zwei? Knapp, dann geht's auch vorbei. Nein, ihr seid zwei. So viel hab ich dann begriffen. Danke. Los lassen. Ah, verflucht. Ich hasse diesen Kampf jetzt schon. Flucht. Flucht. Und ich bin latent verletzt. Und nicht zu sagen schwer verletzt. Ach du, hallo. Okay, okay. Okay. Ah, fuck. Hä? Nicht haken, nicht ruckeln, nicht jetzt. Verflixt. Ach, das ist doch nicht wahr. Das klingt so, als hätte irgendwas, irgendwas getroffen. Im Zweifelsfall zum Beispiel den Boden. Ach ja, die eine Schiene hat er ja, warum auch immer, nicht gemacht. Richtig. Puh. Also diese Viecher sind jetzt leicht, doch, leicht eklig. Die Frage ist, wo bin ich und wo will ich jetzt hin? Ja, da ist der andere ja noch. Endlich. Jetzt wäre noch ein Speicherpunkt sehr angenehm. Aber nein, den werde ich jetzt nicht kriegen. Zurück komme ich definitiv nicht mehr zum Speicherpunkt. Wobei komme ich nicht von da? Hm. Okay, verwirrt bin. Hier ein Speicherpunkt an die Wand gemacht? Nö. Zu ich nicht. Ist auch zu einfach. Wohin will ich? Woher komme ich? Das ist jetzt leicht doof. Nein, nicht. Bist du... Bescheuert. Kerl. Kerl, das war jetzt leicht sehr unnötig. Ja gut, okay. Ich habe die Tasten leicht falsch gedrückt, aber... Hey. Hey. Okay, wenn ich hier... Ja, genau. Da bin ich doch eben runter. Genau. Das heißt, hier... Von hier komme ich effektiv. Das heißt, ich müsste ja irgendwo... Was? Ja, klar. Du rührst einen Stein, gehst du... äh, duckst du dich. Du bist doch bekloppt, Kerl. Also irgendwo hier müsste ja theoretisch irgendwas sein, was mich weiterbringt. Kein. Von der Theorie und so. Ja, zumindest. So, hier war ich ja auch schon. Kannst du da nicht drauf? Stehen bleiben ein bisschen? So. Und nu. Kann ich da eventuell hoch? Irgendwie. Ich könnte das, das. Hüppfi. Äh, dann hüpf, hüpf und kletter, kletter. Eventuell. Boah. Also, hüpf. Hüpf. Zub, 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 zub. Hüpf. Das geht. Tatsache. Cool. Wie krieg ich dich da weg? Meißel hab ich nimmer. So offensichtlich auch nicht. Und der Use-Button bringt auch nischt. Das ist leicht blöd. Ah, da will ich erstmal hin. Das ist noch nicht mal so das Wichtige gewesen. Ah, das ist besser. So. Okay. Also hier kam ich hochgeklettert. Genau. Das heißt, hier kann ich auch noch lang. Ohne, dass ich mich wieder direkt zurückführe. Theoretisch zumindest. Sein, das Spiel will mich jetzt nur ärgern. Ah, sehr gut. Ich stocken also nochmal unsere Vorräte auf. Was natürlich irgendwie heißt, dass es jetzt bald sehr unnett wird. Rein vermutlich zumindest. So. Die Übungszeit ein. Das ist noch was Verbandskastenmäßiges. Und... Ah. Das könnte ein weiterer Weg sein. Gut. Hm. Sieht doch schon wieder ganz... Das sah aus wie ein Loch. Ganz brauchbar aus. Und natürlich einen Speicherpunkt. Tempelbelüftung. Okay. Was ist das da hinten? Das da? Ich bin ziemlich intensiv der Meinung. Da... Äh, nein. Nö, Mitte davon. Genau. Da geht's zu... Mama Hydra. Bl. Da fällt mir doch glatt alles runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt so wirklich lang wollen will. Ich mein, ich glaub nicht, dass ich eine andere Wahl bekomme, aber... Ja doch, das Spiel aufhören. Ah, nein. Ah, es war sinnvoll hier hinzugehen. Ah, es war sinnvoll hier hinzugehen. Ah, es war sinnvoll hier hinzugehen. Ich bin mir so, ich glaube ich so, ich glaube ja auch nicht. Ich bin mir so, ich glaube es ist nie zu weit, ich hoffe ich weiß es nicht.